Wann bist du mit dem Scan-Board hier noch runter? Du bist nicht Tony Hoff, Junge? Geil, ich habe auf jeden Fall wieder den ganzen Jackpot hier gezogen. Kann ich einfach drüber springen? Das war schon fast irgendwie klar. Da kommt ein Polizist. Nein, 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 nein. Hashtag Yolo. So. Was musst du da? Himm das blöde Fahrrad und fahr doch einfach. Mäh, mäh. Warte, mir gibt es jetzt eigentlich Respekt bei den Stadtlern? Also bei den Leuten, die in den Stadt wohnen? Ey, der tut voll das geile Bike. Das geht ab. Ne, stellst du mir ab. Guck, wie geil das Bike. Aber der gefällt mir nicht. Der ist ein bisschen muskulös und der will ich glaube ich verprügeln. Weil ich zu nett zu dem war. Ich glaube ja, es gibt Respekt bei denen auch. Den sicher bin ich mir jetzt gar nicht. Pete. Pete. Was ist das? Gary vor. Jocks. Was? Hä? Okay. Städtler 25. Kapitän. Oh geil, ich bin jetzt Kapitän da. Aber sonst nichts Neues bekommen. Versteh mal deinen Sinn. So, wir gehen mal wieder schlafen. Aber sag mal, warum ich jetzt bei jedem wieder 75% Minus bekommen habe. Da muss da irgendwie ein Trick hinter stehen. Kann dir ja schon wieder Hass kriegen. Okay, es sind drei Quests da. Das sind drei Quests da. Hm. Würde aber. Jetzt erst den Unterricht wieder machen. Falls ich Unterricht habe, sag ich mal so. Ich warte hier wieder. Und dann kann ich wenigstens sagen, komm ich mach Unterricht fertig. Will dann wirklich den kompletten Unterricht schaffen. Weil die ganzen Bonis sind vielleicht gar nicht schlecht. Ich sag mal, bei Kunst muss er vielleicht... Bei Kunst, Englisch etc. muss er irgendwie was geben. Hat in einer Murmeln geworfen. Deswegen warte ich jetzt. Das ist ja meist immer dieses Warterei. Deswegen gehe ich auch meist bei... Oh, Vulkan 4000. Zwischen den... Früh- und Spätunterricht gehe ich dann ja meist Quests machen. Ich würd den eigentlich grad aufheben. Boah. Lass ihn allein! So, was haben wir? Okay, wir haben Unterricht unten. Mathe... Erdkunde... Englisch... Kunst... Kunstfotografie oder... Kunstfotografie... Äh, Kunst oder Fotografie. Bleiben wir zwar noch übrig. Kunst. Kunst 5. Geil. Würden wir das auch noch schaffen. Der Typ, Alter, der hat erstmal ein Ding in der Mitte. Wahrscheinlich, der Sinn der Detail zeigt reale Provenz. Okay, das weiß ich ja. Start. Alter, was macht das Ding da in der Mitte? Das macht mir Sorgen. Das explodiert doch förmlich. Hm... Das explodiert doch förmlich. Hm... Nein! Die Dinger so beschissen hier gezeichnet. Puh! Er wechselte immer die Position, ist mir gar nicht aufgefallen. Letztes Mal lag die doch da und hat die Beine so gewinkelt. Das ist sehr gut. Habt ihr schon mal... ... privates zu tun? Ja, hatte ich. Gut gemacht, Jim. Du hast alle deine Anzeigungen geklärt. Wenn du zurückkommst, um deine Erfahrungen zu arbeiten, dann bist du sehr willkommen. Straight up awesome! Ohne Geschenke. Hat natürlich was. Das ist schon mal geil. Warte mal, bräuchte ich nur noch küssen. Dann... ... hab ich meine 100% ohne Geschenke zu machen. Das ist ein geiler Vorteil. Warte mal, es gibt doch die ganzen Quests sind jetzt hier hinten. Oh, Harp. Ich hab keinen Bock auf eure Quests. So, warte mal, wir können doch. Lass mich mal kurz raus. Hier rausgehen und wir machen die erste bei den... Ja, was ist das? Was denn die... Die? Ach so, die ist nur da. Okay. Äh... Äh... Athleten. Jungs, kommt das immer... Die Turnhalle brennt. Ey, was ist denn los? I don't believe this! Oh no! How did it happen? Hawkins, come here, boy! Hey, what's up, Mr. Burton? What's up? What's up? What's up? My gym is up in flames! Damn, how'd that happen? As if you don't know! You're a degenerate! The fake guy trusted you! It wasn't me! Yeah, I'm no saint, but I tried to bring order to the school. To stop the bullying! Ha! Bullying? I don't care about bullying! In fact, I encourage bullying! That's right! Builds moral fiber! Makes... Men! Yeah! Cause you didn't make the team! You had to ruin it for everyone! Yeah, you bully! You're a pig! You ruined my life! What are you talking about? I never wanted to be on the team! You like to torment weak kids, and you've got the personality of a jockstrap! Yeah, well, I called the police! You'll be killed for this, my boy! It wasn't me! You're done for, Hopkins! What? Who was that? It's Yuri! There's people trapped inside! Oh, Ronnie! Man, you guys are pathetic! I'll get him! Where's the fire extinguisher? By the stairs next to the locker room! But don't think I've forgiven you, Hopkins! Leute retten! Also, auf jeden Fall steckt der Gary hinter's. Kann ja nicht sein, dass wir das waren! I'm getting out of here! Ah! I'm stuck! Jimmy! Over here! Ja, ich hol's! Was? Da ist er! Was? 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 Komm schon. Das war doch gelöscht da hinten, du Vogel. Mach ich doch schon Mandy, Mensch. Okay, sah aus wie so ein Shettler, ne? Ich glaub, die hat Gary angeheuert, definitiv, weil ist ja nicht möglich, dass ich das war. Hi, du willst mich beschenken. Hey Jimmy. Schönes Lippfloss. 100%. Unterricht. Unterricht. Alter, was? Ich hab Unterricht. Ladies, komm. Ah, Feierabend hier. Den machen wir jetzt direkt den Unterricht. Nein, Unterricht. Ach, das ist Sport gewesen. Geil, wir haben Sport nochmal. Dächt' ich jetzt gar nicht, aber... Sport. Jawoll, Dodgeball, Sport 4. How I love the sound of boys crying in the morning. Much like real life, the strongest will prevail. Alright, you lazy bum, look alive! Good. Popkins, you're with the whips. Ich schwimme nicht, ich schwimme nicht mit den Luschen. Die Jungs gehen ab, Alter. Komm mir hier, den Ball voll ins Gesicht. Den Ball voll ins Gesicht. Komm. Den Ball voll ins Gesicht. Nein. Die Jungs gehen ab. Das kann ich so schnell. Ärgernd. Dann, wir kommen noch. noch passen wechseln